Berta von Suttner. Die Waffen nieder. Ausschnitt aus dem vierten Buch. Rache. Und immer wieder Rache. Jeder Krieg muss einen Besiegten aufweisen. Und wenn dieser nur in einem nächsten Krieg Genugtuung finden kann, einem nächsten, der natürlich wieder einen genugtuungsheischenden Besiegten schaffen wird. Wann nimmt das ein Ende? Wie kann Gerechtigkeit erlangt? Wann altes Übel gesühnt werden, wenn als Sühnemittel immer wieder neues Unrecht angewendet wird? Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecke mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegputzen zu wollen. Nur Blut. Das soll immer wieder mit Blut ausgewaschen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020